Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von der Karte in Thüringen. Wir wollen eigentlich die Grasbahnen fassen. Die Zeit, dass man nicht so viel fahren soll. Ich weiß, wie wir die Ecke. Ansonsten können wir hier nicht. Wir müssen noch einmal ab. Wir Ehre führen. Neue Versuch von vorne. Neue Zweite Linie. Der geht zu mir hoch. Wir sehen hier noch ein paar. Der ist hier. Der ist hier. Der ist hier. Das war's für heute. Jups, hat er. Ist schon ein bisschen fest. Weiter geht's. Ok, jetzt können wir weiterhin unseren Dünger hinfahren. Jetzt haben wir den Schlager vor. Jetzt sind wir damit einen kleinen Dünger. Wir machen jetzt ein bisschen. Wir werden die Laufwege im Laufwege. Wir werden die Laufwege im Laufwege im Laufwege im Laufwege. Wir werden die Laufwege im Laufwege im Laufwege im Laufwege. Wir werden dann ein paar Worte. Die Maschine ist bei Ihnen ausschaut. Das ist ja auch gut. Ja. Oh. Ich bin ein Poster. Ich weiß nicht, dass ich es nicht so gut bin. Ich weiß nicht, dass ich es nicht so gut bin. So, das hat geklappt. Das ist eine Lippe Tross. Die sind nicht voll. Die sind nicht voll. Die sind nicht voll. Die ist nicht voll. Die sind nicht voll. Läuft da gerade. Jetzt soll der Fall sein. Die sind nicht bestellt. Aussteigen. Gehört. Die sind nicht bestellt. Unkraut. Kann man fliegen. Schaut nicht gut aus. Mal weiter hoch. Wir werden den Saargut umfliegen. Damit wir zur rechten Zeit starten können. Rohr ausfahren. Los. Ja. Ja. Ja, den richtigen Punkt zu finden. Ja. Ja, die Basel, wie er genau da hingeholfen gehen soll, ne? So, jetzt kam ein Wachstum, jetzt ist er reif, jetzt können wir wieder auf 1 gehen. Ups, aufgebockt. 1 runter. Macht er jetzt nicht alles? Ja, das war sogar drin, normalerweise. In meinem Großmitten drinne ist es mal gut. So, 1 runter. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das ist hier. Blöder einfach. Wenn man wieder die Rippen hat. Wenn ich immer die Raps aufnehme, ist da keine Ruhe. Ich glaube, ein bisschen ... Okay. Oh mein Gott, wir müssen noch kurz reden. So, das ist für mich. Ich schaue die Anfangen an. Aber schönes Geld verdienen. Nach der Sorge im grönen Platz hier. Nach der Sorge. Damit... ... und damit... ... eben nicht. Oh... ... und... ... und... ... und... ... und... ... und... ... und... ... und jetzt... ... Ein Stückchen, ob sie kriegt. Wir werden gleich mal neben die Sähmaschine nicht aussprichend die Säge ganz mümkwert wenn ich plötzlich rapslappen ist Oh, ein Schacht. Ich bin so leicht. Aber das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. Ich bin so leicht. Ich bin so leicht, ich bin so leicht. Ich bin so leicht. Wenn ich mich nicht so leicht. Ich sehe noch Das ist so blöd Das heißt, das sieht ganz gut aus War doch macht nichts Wir müssen hier Wir müssen mal FAC machen So, für das Dauermix Das heißt Wir müssen hier Bisschen und FAC machen Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Entschuldigung. Das ist ganz kurz. Speichern können. Untertitelung. BR 2018 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 So, wir wollen den Weg rein arbeiten, was für eine passende Bahn gefunden hat. Und zwar, das nächste, vorn ist der Anfang, das nächste Ende. Wir beginnen. Wir beginnen, wenn wir hier wirklich nicht in der Quere kommen. Wir fahren mal gleich mal rein. Das wird die Hölle machen wir hier mal so. Sieht aber blöd aus, aber gut. Wollen wir mal sehen, das geht nicht. Das ist eine gute Anfangsbahn. Ja, wenn man nach rechts guckt, dann liegt so alles, die wir in den Haufen pferden. Gut. Hab keiner gesehen. So, hier genau, wir haben anstarten. In der Mitte ungefähr. Ja, das ist eine große Hölle. Wir sind bei der Hölle. Wir werden uns nicht einmal weiterentwickeln. Dann wird es ein Blick. 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 den aktivieren 54 5 2 3 4 4 5 So und liebe Freunde, das soll's für die heutige Folge liegen sein, schon gleich verzogen. Kommt es euch gefallen, würde mir gleich folgen. Danke. Ich hoffe, wir können uns in der Saison besuchen. Bis zum nächsten Mal.